Wir sind beim Warm-up mit dem Gummiband. Ganz wichtig die richtige Stärke zu wählen. Also bevor du dir ein Band zulegst, bei uns gibt es verschiedene Stärken im Onlineshop, schau einfach welche für dich ideal wäre. Wenn du schon sehr kräftige Füße hast oder viel Sport machst, dann würde ich dir eher blau oder schwarz empfehlen, ansonsten eher so rot oder grün. Gut, wir starten. Am besten einfach die Beine ganz gestreckt im Langsitz, im Sitzen, idealerweise auf der Matte oder auf einer weichen Unterlage, nicht zu weich, also nicht unbedingt im Bett oder so auf einer Matratze, weil du einfach gut deine Sitzbeine spüren solltest beim Sitzen und je härter der Bund, desto besser. Also vielleicht nur eine ganz sanfte Matte. Dann sitz dich aufrecht hin, heb das Brustbein, komm idealerweise in einen langen Sitz und dann einfach dieses Gummiband hier einmal um deine Füße drüber legen und zwar wenn du das Band spannst, sollte hier noch ein kleiner Überstand sein, einfach damit das Band dann nicht wegrutscht bei der Übung. Also unten schon genug Platz und ein bisschen ein Bandchen darf hier noch drüber stehen. Dann hol dir gut einen Zug hier in das Band. Manche mögen es auch gern, wenn man hier einfach die Hände damit umwickelt, damit man noch besser heranziehen kann, das ist ganz Geschmackssache. Und dann schau einfach, dass es angenehm ist von der Position her, richte das Brustbein wieder auf, die Schultern entspannen, also ganz wichtig auch hier den unteren Rücken nicht zu sehr beugen, sondern wirklich hier in die Streckung bringen. Also allein diese Übung, diese Sitzposition ist schon sehr anspruchsvoll. Auch hier bevor du startest, start aus einer aufrechten Körperhaltung mit gehobenem Brustbein fest im Bauch. Wenn du dann das Band hier fixiert hast, eine ordentliche Körperhaltung, aufrechte Körperhaltung hast, dann kann es schon losgehen. Wir starten mit einer sogenannten Flexposition, gehen dann über eine halbe Spitze in eine Point, also in eine gespitzte Fußspitze Position. Von hier wieder halbe Spitze, Flexposition und wieder halbe Spitze und gespitzte Point Position. Also halbe Spitze, Flex, halbe Spitze, Point. Halbe Spitze, Flex, halbe Spitze, Point. Und hier kannst du wirklich die Übung einige Male machen und denk auch hier wieder daran, an den maximalen Bewegungsradius zu gehen. Also nicht nur ganz klein die Übung zu machen, sondern wirklich maximaler Flex, dann maximale halbe Spitze, strecke hier den Rist wirklich gut durch und dann Point maximal auch die Knie strecken. Und wenn du die Knie wirklich gut durchstreckst, dann sollten sich sogar hier deine Fersen vom Boden ganz leicht abheben. In der halbe Spitze, Flex, halbe Spitze, Point. Dein Tempo zu deiner Musik, die dich motiviert. Wichtig dabei ist einfach nur, dass du wirklich große Bewegungen machst. Gut, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann bleiben wir hier auch schon in Flex. Jetzt wäre die nächste Übung auch ein bisschen etwas fürs Gesäß. Sehr gut. Das heißt, hier kannst du ein bisschen das Gesäß anspannen und die Zehenspitzen ganz leicht nach außen bringen zu unserer Fußdivergenz. Das ist natürlich auch wichtig, um die Spannung dort halten zu können. Bleib hier wieder aufrecht, ein bisschen nach außen drin, wieder parallel. Wieder Zehenspitzen hinaus und parallel. Ein bisschen das Gesäß dabei anspannen. Genau. Einmal noch und jetzt machen wir wieder Point und Flex und Point und Flex. Dann kommen wir wieder parallel. Wir machen parallel, auswärts, Point, parallel und Flex. Ein paar Mal. Genau, in deinem Tempo. Du kannst natürlich auch, wenn es dir angenehm ist, einfach nur ein Bein nehmen. Das heißt, das Band jetzt einfach nur einen Fuß geben und dann wirklich die Beine separat voneinander mit ein bisschen mehr Zug trainieren. Das heißt, hier wieder Point, halbe Spitze Flex, halbe Spitze Point. Die halbe Spitze ist einfach so wichtig, weil sie ja die Position ist, die wir dann eigentlich auch im High-Hill haben. Also, wenn wir in High-Hill stehen, ist ja auch bei so unseren Beinen ganz durchgedrückt, bei sehr hohen Schuhen. Und deshalb brauchen wir diese Position. Und wenn du sehr, sehr hohe Schuhe anziehen möchtest, brauchst du genau diese Bewegung. Also diese Übung und diese Flexibilität, die wir hier bei dieser Übung trainieren. Das heißt, wenn du merkst, dass deine Absatzhöhe jetzt noch nicht so ideal passt oder du dich noch sehr schwer tust mit sehr hohen Schuhen, dann ist das genau die richtige Übung, um an höhere Schuhe heranzubringen. Kommen und einfach sich da langsam heranzutasten. Also, dann weiter geht's mit vielen Bändern nochmal. Halbe Spitze Flex, halbe Spitze Point. Und du kannst das zweite Bein einfach dazu mittrainieren und dann vielleicht einen Beinwechsel machen und das andere Bein genauso trainieren. Dann wieder halbe Spitze Point, halbe Spitze Flex, halb und fest gegen das Band drücken. Das ist auch eine super Übung für deine Waden. Du wirst es relativ rasch merken und für die Beinmuskulatur generell. Und wenn du möchtest, kannst du das dann auch in paralleler Position machen. Wieder das Gleiche. Genau. Halbe Spitze, Spitze, halbe Spitze. Und so kannst du dich herantasten. Einfach ein bisschen ausprobieren. Die Übungen getrennt voneinander, kombiniert in verschiedenen Variationen. Sei auch hier ein bisschen kreativ. Wichtig ist dabei einfach nur, dass du wirklich die Beine nach außen drehst, aus der Hüfte. Die Auswärtsdrehung passiert, wenn du sie nach außen drehst und dann wirklich maximal die Knie und die Fußspitzen streckst. Nicht, dass du hier die Zehen beugst. Das wäre ganz schlecht. Sondern es ist wichtig, dass die Streckung aus dem Riss passiert. Hier die halbe Spitze, nicht hier. Oder hier. Also so wie du auch im Schuh stehst, wenn du einen sehr hohen High Heel anhast. Ja, viel Spaß beim Üben, viel Spaß beim Trainieren und viele gute Muskeln, die dich dann stabilisieren und unterstützen und dich vor allen Verletzungen bewahren. Ganz, ganz viel Spaß.